Hallo, grüß euch, da ist wieder Steve der Flusswanderer, heute wieder einmal mit einer Flusswanderwissen-Episode. Und zwar werde ich euch heute alles Wissenswerte zum Thema Ventile am Grabner und Gummodex-Luftboden erklären und euch eine Methode zeigen, wie ihr das lästige Überdruckventil ausbaut, reinigt und bei Bedarf auch dauerhaft abdichten könnt. Um euch dieses Ventilthema gescheit zu erörtern, habe ich da jetzt der Gummodex Safari aufgebaut. Das eignet sich zu dem Zweck ganz hervorragend, weil es ein offenes Boot ist und man so die einzelnen Ventile recht gut erkennen kann. Und auf dem Bildausschnitt seht ihr jetzt auch gleich alle drei Ventiltypen. Ihr seht die normalen Ventile, über die die Hauptluftkammer aufpumpt werden, mit einer handelsüblichen Luftbombe. Ihr seht das Überdruckventil und ihr seht diese Schraubventile, die nur bei Gummodex und auch nur an die Sitze zum Einsatz kommen. Diese zwei Ventile sind bei Grabner und Gummodex relativ ähnlich. Die normalen Ventile sind ein bisschen unterschiedlich, das Überdruckventil ist komplett baugleich, wird nur mit einem anderen Druck ausgelöst. Da seht ihr noch diesen Ventilschlüssel, der ist bei allen Gummodex-Boote im Lieferumfang dabei, allerdings erst seit 2021. Und der wird dazu benötigt, die Ventile auszubauen, wenn man die warten oder austauschen möchte. Bei Grabner ist ein ähnlicher Schlüssel dabei, der was allerdings aus Grundstoff ist. Dann fangen wir einmal mit den normalen Ventilen an. Zu denen gibt es im Prinzip nicht recht viel zu sagen. Es gibt nur zwei Gründe, warum ich bei denen tätig werden sollte oder da irgendwas machen möchte. Der erste Grund ist, dass das Ventil nicht ordentlich verschraubt ist und das Boot deswegen Luft verliert. Es kann passieren, dass ab und zu irgendeine Luftkammer einfach Luft verliert und man findet aber kein Loch und weiß nicht warum. Und dann kann man kontrollieren, ob das eventuell was mit dem Ventil zu tun hat. Dazu tut man einfach nur diese Schutzkappen weg, nimmt den Ventilschlüssel, hakt den da in das Ventil ein und dann kann man das Ventil da festziehen oder auch lockern. Das heißt, ich werde dann einmal schauen, ob das Ventil vielleicht zu locker sitzt und einfach einmal ordentlich anziehen. Und dann kann ich so eventuell verhindern, dass da seitlich am Ventil Luft austritt, wenn ich das einfach gelegentlich nachziehen tue. Das wäre allerdings nur notwendig, wenn ich merke, dass eine von den Luftkammern Luft verliert, ohne dass ich irgendein anderes Loch finde. Das zweite Szenario wäre jetzt, dass das Ventil irgendeinen Defekt hat. Zum Beispiel, dass dieser Stift kaputt ist. Das kann ab und zu einmal passieren. Ich habe mir letztens vom Gary ein Gummo-Deck Swing zum Testpaddeln ausgepackt, das hat ab Werkstatt defektes Ventil montiert gehabt, warum auch immer. Und wenn das der Fall ist, dann baue ich einfach das Ventil aus, indem ich auch da diesen Ventilschlüssel einhacke und das Ventil halt dann in die andere Richtung dran und so das Ganze lockern. Und dann kann ich das Ventil, ich mache es jetzt da nicht komplett auf, aber man hört eh schon, es fängt jetzt schon Luft zu entweichen. Und wenn ich das jetzt immer weiter auftrage, dann verliert das Boot immer mehr Luft und ich kann das Ventil so komplett ausbauen und dann einfach gegen ein anderes Ventil tauschen. Die Ventile kann ich natürlich beim Hersteller oder im Handel einfach nachkaufen. Dann sage ich noch kurz ein paar Worte zu diesen Schraubventilen, die kommen nur bei Gummo-Decks zum Einsatz und da auch nur mehr an die Sitze. Sie haben zwei Nachteile, zum einen öffnen sie sich relativ leicht, wenn da ein Gepäckstück oder irgendwas drauf reibt und verlieren dann Luft. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil ist die nicht gegebene Reparierbarkeit. Das heißt, wenn das Ventil kaputt gehen sollte, dann kann ich in dem Fall den Sitz wegschmeißen und einen neuen kaufen. Also alle Grabner Bootsbesitzer können wirklich froh sein, dass sie mit diesen Ventilen nichts zu tun haben. Dann kommen wir auch schon zum dritten und letzten Ventiltyp und zwar dem Überdruckventil. Dieses Ventil sorgt leider immer wieder für Probleme. Es kommt sowohl bei Grabner als auch bei Gummo-Decks zum Einsatz. Ist auch vollkommen baugleich. Einziger Unterschied ist, dass es bei Grabner bei einem hellen Druck auslöst. Bei Gummo-Decks dauert es zum Beispiel 0,2 Bar und bei die Grabner Boote bei 0,3 Bar. Prinzipiell ist das Überdruckventil eine feine Sache, weil es verhindern soll, dass ich das Boot überpumpe. Wenn ich das Gummo-Decks Safari da jetzt bei 0,2 Bar aufpumpe und pumpe dann über den vorgegebenen Betriebsdruck hinaus, dann öffnet sich in diesem Überdruckventil eine Feder und die überschüssige Luft wird abgeben. So wird verhindert, dass in der Bodenluft kaum ein Überdruck entsteht und dass das Boot platzt. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ich das Boot in die Sonne lege, der Luftdruck in der Kammer steigt und auch dann funktioniert das Überdruckventil quasi als Schutzmechanismus und gibt den überschüssigen Druck ab. Leider kommt es relativ oft vor, dass das Überdruckventil nicht ordnungsgemäß funktioniert und Luft abgibt, obwohl überhaupt kein Überdruck vorhanden ist, weil es einfach nicht dicht ist. Und das ist dann recht nervig, weil ich dann auf Tour ständig die Bodenluftkammer nachpumpen kann und ich immer Unterdruck im Boot habe und das Boot sich einfach nicht vernünftig fährt. Deswegen werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr dieses Überdruckventil ausbaut, reinigt und wie ihr es bei Bedarf auch dauerhaft versiegeln könnt. Das Überdruckventil auszubauen ist im Prinzip ganz einfach. Ihr braucht nur irgendeinen flachen Gegenstand, mit dem ihr diese Verschlusskappen runterhebt. Ihr fahrt einfach da in diese Rillen hinein und schon habe ich diese Kappen herunten. Und dann funktioniert das Ausbauen wie bei einem normalen Ventil. Ihr nehmt diesen Ventilschlüssel zur Hand und entgegen dem Uhrzeigersinn dreht das Ventil auf. Und schon habe ich das Überdruckventil ausgebaut. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch im Detail an. Das Überdruckventil als solches ist eigentlich eine recht schlaue Erfindung. Es funktioniert so, dass wenn der Luftdruck im Boot gräser wird als wie die vorgegebenen 0,2 Bafo Gummo Decks, dann hebt sie diese Kappen bzw. diese Feder wird aktiv und gibt durch den zu hohen Luftdruck nach. Diese Dichtungskappen geht nach oben, die überschüssige Luft entweicht und die Kappen schließt sich erst wieder, wenn der Luftdruck bei 0,2 Bafo oder darunter ist, wie vom Hersteller vorgegeben. Bei Grabener wären sie jetzt 0,3 Bafo, da funktioniert das Überdruckventil aber sonst genau nach dem gleichen Prinzip bzw. ist er komplett baugleich. Ich habe nur das Problem, dass sie natürlich mit der Zeit im Überdruckventil durch das Wasser, was ich immer wieder ins Boden reinkriege, Sediment, Schmutz und Kalk ablagert. Wenn dann das Überdruckventil auslösen sollte und sich diese Kappen anhebt, dann gelangt Schmutz unter die Dichtung und somit ist das Überdruckventil nicht mehr hundertprozentig dicht. Die einzige Möglichkeit, das zu beheben, ist das Überdruckventil auszubauen und zu reinigen, was aber auf der Tour natürlich relativ nervig ist, weil eben das vollbeladene Boot ausrahmen muss. Ich habe vielleicht auch dreckige Hände und es ist einfach unangenehm, auf einer längeren Tour dieses Überdruckventil auszubauen. Das ist einfach ein nerviger Wartungsaufwand, der was mir persönlich total zuwider ist und mir wäre es am liebsten, Sie würden diese Überdruckventile gar nicht verbauen. Deswegen werde ich euch jetzt als Alternative zur ständigen Wartung zeigen, wie man so ein Überdruckventil dauerhaft versiegelt. Bevor ich euch den Prozess weiter erkläre, muss ich nochmal betonen, dass es ab jetzt illegal wird. Das heißt, wenn es ihr dieses Verfahren zur Anwendung bringt, setzt ihr das Überdruckventil dauerhaft außer Gefecht und solltet ihr Überdruck in der betreffenden Luftkammer haben, bestätige vor, dass euch die delaminiert. Das heißt, ihr müsst den Luftdruck natürlich immer im Auge behalten. Ihr habt natürlich auch keine Herstellergarantie, weil der Hersteller weiß, sollte euch eine Luftkammer delaminieren, wo sich ein Überdruckventil befindet, dass ihr an dem herummanipuliert haben müsst, weil das sonst nicht passieren kann. Alles, was ihr jetzt braucht, um das Überdruckventil dicht zu kriegen, ist dieser Zwei-Komponenten-Kleber, den verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Damit der Kleber zur Anwendung kommen kann, müsst ihr zuerst einmal die Feder und diese Verschlusskappen entfernen. Am besten einfach mit einem Schweizer Messer das Ganze rausfetzen. Und schon habt ihr einfach nur mehr dieses Plastik-Zwischenstickel mit einem großen Loch drinnen. Und dieses Loch müssen wir jetzt noch stopfen. Bevor wir den Kleber in das Ventil einbringen, braucht man nur so ein Zwischenstickel, um zu verhindern, dass der einfach durch das Loch durchrennt. Ich nehme dazu immer so eine 5-Cent-Münze, die passt hohergenau in das Ventil. Jetzt braucht man nur mehr den Kleber von beiden Seiten in das Ventil einbringen. Dann könnt ihr es wirklich schön bis oben auffüllen und dann auch ein wenig verstreichen, dass keine Luft kommen bleiben. Also dass das wirklich komplett abgedichtet ist. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wahnsinnig schnell dieser Kleber hart wird. Ihr braucht wirklich nur 3-4 Minuten warten und der Kleber hat schon mehr oder weniger die Festigkeit von Silikon erreicht. Und ihr könnt es da mit dem Finger drauf dippen, ohne dass irgendwas picken bleibt. Der Kleber wird dann auch richtig heiß, dann merkt ihr, dass dieser 2-Komponenten-Kleber miteinander reagiert. Und nach ein paar Minuten ist ihr schon so fest, dass ihr die anderen Seiten vom Ventil befüllen könnt. Idealerweise lasst ihr den Kleber über Nacht austrocknen und dann könnt ihr am nächsten Tag das Überdruckventil wieder einbauen. Setzt es einfach in das Gewinde, zieht es mit der Hand an, so weit es geht. Und wenn ihr so nicht mehr weiterkommt, dann nehmt ihr den Ventilschlüssel zur Hilfe. Jetzt zieht ihr das Ganze wieder ordentlich fest. Und pumpt die Luftkammer auf. Nachdem das Überdruckventil jetzt außer Gefecht ist, habe ich die Bodenluftkammer aufgepumpt und habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie viel Luft das eigentlich drinnen ist. Deswegen brauche ich da immer so ein Manometer, um das zu kontrollieren. Weil es sonst gefährlich ist, dass ich den Boden kaum überpumpe und dass man die zerreißt. Das setze ich einfach auf das Ventil. Und dann sehe ich, in dem Fall haben wir genau den idealen Luftdruck von 0,2 Bar. Sollte zu viel Luft drinnen sein, einfach ablassen, bis der gewünschte Luftdruck gereicht ist. Das ist euch eine Versicherung, dass euch das Boot nicht explodiert. Am Ende muss ich nochmal klarstellen, dass ich das Überdruckventil nicht zupicke, weil ich mit einem Höchern Druck fahren will, ist wie vom Hersteller vorgegeben. Also nicht, weil ich das Boot überpumpen möchte, sondern einfach nur, weil ich mir den lästigen Wartungsaufwand während der Tour ersparen möchte. Also ich fahre das Gommodex-Boot trotzdem mit 0,2 und das Grabner-Boot mit 0,3 Bar. Ich will einfach auf Tour keine Überdruckventile ausbauen und reinigen, habe da in der Vergangenheit immer wieder Probleme damit gehabt. Also ich würde euch vorschlagen, probiert es einfach einmal aus. Wenn ihr mit dem Überdruckventil keine Probleme habt, dann müsst ihr es gar nicht zwangsläufig dauerhaft verkleben. Aber wenn es da ähnlich geschädigt sind wie ich und nach einer Methode sucht, euch das zu ersparen, dann könnte das auf alle Fälle interessant sein. Wichtig, wie schon gesagt, dann immer den Druck mit dem Manometer penibel kontrollieren. Weil wenn ich das einfach nach Gefühl aufpumpe, dann ist es gefährlich, dass ich das Boot überpumpe. Und wenn ich es dann noch in die Sonne lege, steigt der Druck natürlich nur einmal und dann ist es gefährlich, dass ich mir das Boot beschädigt. Der Ewald Grabner hat mir erklärt, dass sie oft das Problem gehabt haben, dass die Leute das Boot überpumpen und dann umdrehen und in den Zahn legen zum Trocknen. Und weil die Bodenluftkammer unten schwarz ist, erhitzt sich die natürlich dann recht stark und es ist gefährlich, dass man die Luftkammer zerreißt. Bei Gummudex ist das Problem ähnlich. Die verbauen aber eh schon seit sehr langer Zeit diese Überdruckventile beim Grabner erst seit der Saison 2020. Ich habe das jetzt auch noch einmal getestet. Ich habe da vier Boote mit dem manipulierten Überdruckventil liegen lassen und geschaut, ob die eh keine Luft verlieren. Also das ist wirklich dicht. Wir haben das auf unsere Altmüll-Komplettbefahrung erprobt. Auch da hat es wunderbar funktioniert und haben dann nur einen Testpadler mit dem manipulierten Überdruckventil durchs Land geschickt. Also wir haben das wirklich ausführlich getestet, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber wir sind natürlich trotzdem gespannt auf eure Erfahrungen. Also wenn ihr dieses Verfahren zur Anwendung bringt, schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Und wir sehen sie in dem Format bald wieder mit einem anderen Thema. Macht es gut. Ciao.